Eine Minecraft-Welt, 1172 Items und ich. Ich starte ein XXL Langzeit Ultra Hardcore Minecraft-Projekt. Ich werde alle Items in zufälliger Reihenfolge ranholen müssen. Das Ganze stimm ich daily live auf Twitch und wenn ihr mehr von solchen Konten sehen wollt, lasst gerne ein Like da, abonniert diesen Kanal, es ist ein einziger Klick und würde mich riesig supporten und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Hier kommt Michel. Hättet mich doch nicht, wenn ich die Augen wein... Das ist doch nicht rot. Hättet es blau. Eins ist ja, zwei ist ja. Was? Nein! Oh mein Gott, was? Ich f*** ihn jetzt. Und wir starten. Unser erstes Item ist Purple Concrete Powder. Wir holen jetzt jetzt ein bisschen Stein. So, wir machen uns erst mal OP-Stuff. Ja, so, so und so. Bäm, Jungs. Jetzt sind wir equipped. So, euch Arzt muss ich leider mal, ne? Ihr wisst schon. Tut mir natürlich unfassbar leid. Und ich würde sagen, ey, eigentlich können wir doch direkt Purple Concrete Powder auch ranholen. Das ist dein so erstes Item direkt. So, damit haben wir Purple Concrete Powder. Pink Stained Glass Paint. Ey, Retalk, Jungs, wir können direkt mal ein bisschen Progress machen. Wir looten mal gleich die Buried Treasure. Bro, das ist doch... Bro, was ist das für ein Seed? Digga, wir haben direkt ein Mycelbiom bei uns. Das ist halt crazy. Das ist halt so krass für... Also eigentlich, da könnten wir wirklich unsere Base irgendwann machen, weil da spawnen halt keine Mobs. Weiß. So. Warte mal, ist hier jetzt noch eine Geode? Na, Bro. Als ob hier noch eine Geode ist. Wo ist mein Boot, aber? Bro, mein Boot wurde geprankt. Der Vorteil ist, wir haben halt hier Pilze, weswegen wir uns hier schon richtig viele Pilze... Ich würde mal so zum Re-Jongen-Stack Pilze ranholen und dann oxidieren. Weil das ist halt das Healing, was wir am Anfang uns halt nur holen können. Mit Suppen. Deswegen holen wir uns jetzt einfach ganz, ganz viele Pots ran. Und dann easy. Und... Digga, wie sieht das aus, Bro? Hilfe, nein, helder. Was ist das für eine Animation, Bro? Digga, was... Ja, das sieht da so aus, Bro. Digga, ich scheiße auf die Berry Treasure. Digga, keinen Bock, die zu suchen. Digga, tschüss. Weg mit euch. Okay, da ist Dark Oak. Maybe... Maybe wird's hier gut. Maybe ist hier gerade ein guter Platz. Oh, das ist ein Dorf! So, endlich. Ey, wir werden so... Wir werden so dick schlafen. Ich werde den besten Schlaf meines Lebens hier haben. Ich geselle mich mal zu dir. Ich schlaue dir dein Bett. Dankeschön. Haben wir das Einsatz, brauchen wir nicht. Silk Touch? Okay, das ist eine Silk Touch. Crazy. Äh, brauchen wir was? Ja, ich weiß nicht. Noch mal unseren Dschungelfit. Wir töten mal kurz. Ich meine, wir bekämpfen den Eisengolem mal hier. Was geht, Bro? Ja, Michael, hallo hier. Yo, Mini, wie geht's? Wie geht's? Was geht, was geht? Oh. Das hat keiner gesehen, okay? Das ist nie passiert. Das ist halt crazy. So, wir versuchen es noch mal, Eisengolem. Diesmal bitte, ohne dass du mich tötest. Das war nämlich schon sehr unfair, was du da getan hast. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Danke. War eine schwere Geburt. Ich meine, ich wollte eigentlich nur mein Herz in Refill so. Wir machen uns einen Eimer. Wir machen uns eine Spitzhacke. Wir haben keine Sticks. Wir haben kein Holz mehr. Cool. Wo ich ja schon Vertrauen aufgebaut habe und sowas. Äh. Wie schnell? Hilfe. Was passiert hier? Hilfe. Hallo, Minecraft? Digga. Ach du Scheiße. Aber stimmt, ich habe Death Strand auf meinen Schuhen. Digga. Was war das denn? Was? Was war das? Wir müssen jetzt einfach nur einen Dschungel suchen. Wir hatten ja eigentlich immer einen Dschungel. Ey, warte mal. Das sind Dschungelplanks. Easy. Kriegen wir hin. Also. Wir haben bis. Bis alles vor die Frösche denke ich war so gut. Oh nein. Direkt Honey Bottle. Und wir kriegen 50 Herzen. Damit schade. Honey Bottle als nächstes Item. Das ist halt crazy. Ja, okay. Also. Warte mal. Also wenn wir da nicht reingehen. Das ist doch. Sorry. Das ist doch so verlockend da reinzugehen. Ey. Das ist mir leid. Ich muss da rein. Aber ich brauche Healing dafür. Wir brauchen irgendwie Healing. Ohne Healing können wir da nicht reingehen. Mit vier Herzen. Mit fünf können wir da nicht reinlaufen. Warte mal. Hier sind die Blumen für weiße Farbe. Ah, okay. Wir haben Bienen. Okay. Dann chillen. Oh. Okay. Warte mal. Das sind sogar viele. Dann. Wir chillen hier. Wir chillen uns hier hin. Wir machen mal hier ein Bett. Unseren Resprunt Point. Weil am Ende. Ja. So. Dann machen wir hier mal unsere erste. Warte mal. Wie, 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 wie Seite denn? Honey Level 3 schon? Oha. Das ist crazy. Das ist richtig krass. Also drei Bienen sind ja so ein Game Changer, Dinger. Das müsste mal in einem Force Item Battle so sein. So. Damit machen wir uns jetzt Glasflaschen. So. Weil wir können uns gleich hier, ne? Ein bisschen, äh, was rausnehmen. So. Und. So. Damit haben wir ein Lagerfeuer. Crazy. So. Und dann. Gut. Das ist doch so eine Verarschung. Komm. Hol doch mal. Bitte. Mach es. Tu es. Ja. Ja. Es ist fertig. Wir haben es. Jungle Chess Boat. So. So. Ja. Okay. Nächstes Item. Iron Sword. Ey, Jungs. Nichts leichter als das. Oh. Das Eisenschwert craften wir. Und unser nächstes Item ist. Blue Bed. Nichts leichter als das, Minecraft. Guck mal. Hier haben wir den Glapis. So. Dann können wir eigentlich auch wieder hochgehen. Ja, okay. Wie viele Mobs sind hier aber? Hilfe. Hilfe. Warum sind hier so viele Mobs aber? Wo ist das? Ja. So. Blue Bed. Axolotel Bucket. Okay. Damit brauchen wir den Lush Cave. Okay, dann halten wir im Dschungel danach Ausschau. Wir müssen mal mit dem Delfin jetzt ausprobieren. Hallo Delfin. Delfin. Hallo, ich bin da. Er muss mitkommen. Wir müssen machen, dass er mitkommt. Das ist crazy. Digga, wir werden so schnell sein. So. Du bleibst jetzt bei mir, Bro. Bist du meiner? Er ist so langsam für mich. Er ist einfach so langsam. Oh nein. Oh mein Gott, Digga, war das knapp. Yo, was ist für ein Berg, Mobs? Digga, darunter wird es halt so eine Ancient City sein. Oh, hier waren wir schon. Hä, wir sind zurück jetzt travelt? Bin ich dumm. Yo, was ist für ein Cave? Ich setze mich aufrecht hin, dass wir nicht zu viele Ersten verlieren. Dann gehen wir rein, Jungs. Da müssen wir rein. Ja, wirklich, ihr Zombies, ne? Ihr fuckt mir so ab. Ich hab mich doch gerade erst gehealt. Oh, die sind mir runtergefallen. Schau. Digga. Oh, hier ist halbe Mob-Armee. Was ist das? Digga, also Retalk auf dieser Server ist doch so komisch. Ich spotte hier so viele Mobs. Hast du mein Chef? Ja, ihr läuft alles hinterher, ne? Digga, hier ist alles. Hier ist jedes Mob. Digga, und da hat es sich nicht mal gelohnt. Warum habe ich schon wieder damit begonnen? Digga, es hat sich nicht mal gelohnt, hier runterzugehen, Digga. Okay, da hinten haben wir Cherry Blossom-Biom. Stark. Können wir uns auf jeden Fall auch merken. Sehr wichtig. Brauchen wir früher oder später auf jeden Fall. Digga, da hinten ist ein Dorf endlich, Digga. Es hat so lange gedauert. Wir haben mittlerweile gut Oxidaisys. Das ist gut. Wir machen langsam Progress. Oh, da hinten ist... Okay, stark. Okay, also es hieß, es ist auch ein Tiger sind viele. Deswegen gehen wir mal da rüber. Oh, wir haben sogar Lederschuhe. Boah, ey Jungs, wir haben das beste Krip für dieses Biom hier. Wir könnten jetzt noch ein bisschen auf Gommel oder so gehen. Oder auf Sethox. Oh, warte mal, warte mal. Wir haben ihn. Oh mein Gott. Und da hinten ist auch noch mal einer. Wir haben ihn, Jungs. So, jetzt müssen wir noch einen Axelotl sichten. Und dann ist alles gut. Und wo ist denn hier ein Axelotl? Warte, wir können doch... Haben wir Eisen in der Hotbar dabei? Oh, da haben wir eins. Oh. Hallo? 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 Danke. Ach so. Structure Block. Ja, der kriegt nur Top 5 Blöcke, die wir nicht bekommen. Okay. Dann ist das ein Skip Item. Ich hoffe, das geht überhaupt. Skip Item. Gray Stained Glass. Okay. Wir können doch hier mal weitermachen. Das ist stark. So, Gray Stained Glass. Das ist das nächste Item, was wir brauchen. Warte mal, wir machen mal alles weg. Digga, warum habe ich Karotten dabei, Bro? So. Dann Gray Stained Glass. Bruce Chest Boat. Digga, das ist... Gut, da stehen wir direkt daneben. Das können wir uns holen. Digga, das ist crazy. Bro, sie hat sich direkt neu gekauft. So, Spruce Boat mit Dings. Green Shulker Box. Jungs, es ist soweit. Es ist soweit. Es ist soweit. Okay, dann... Ja, war das der erste Part. Jungs, wenn es euch gefallen hat, ist gerne ein Like da. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt gerne in die Kommentare, wie lange ihr noch denkt, wie lange wir brauchen werden. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Adio, ciao. Musik